Heute geht es um die vermeintliche Madeleine McCann von Instagram nochmal und das neue Update. Der Fall Maddie McCann ist vielen von euch, denke ich, bekannt. Gerade wenn ihr auch meine letzten Videos gesehen habt, seid ihr ja schon eingearbeitet. Wenn ihr das jetzt noch nicht seid, schaut euch auf jeden Fall auch die anderen beiden Videos an. Da ist alles aufgeklärt, denn ich werde jetzt die Updates zu diesem Fall hier machen und da setze ich ein gewisses Vorwissen voraus. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, kurz gesagt hat eine 21-jährige Polin Julia auf Instagram behauptet, sie könne Maddie McCann sein und dort kam es dann relativ schnell zu einem sehr enormen Abo-Zuwachs auf Instagram. Sie hat fast 1,1 Millionen Follower gehabt. Innerhalb von einer Woche ging das wirklich sehr viral, das Ganze. Eine sehr dubiose Frau, die sich persisches Medium zu Deutsch nennt, mit über 9 Millionen Followern hat ihr dann Unterstützung angeboten. Die ist selbst Hellseherin und hat auch schon bei vermissten Fällen in den USA in den Medien mitgewirkt, ob ihre Follower alle echt sind und ob ihre Hilfe wirklich hilfreich ist oder ob das einfach nur eine Promo-Nummer für sie gewesen ist. Ja, das wage ich jetzt mittlerweile sehr zu bezweifeln, denn wirklich hilfreich war sie jetzt da auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie hat, glaube ich, eher dieser jungen Frau ein Floh ins Ohr gesetzt, denn diese junge Frau hat anscheinend ziemlich starke psychische Probleme, das muss man mal so deutlich sagen. Denn die Familie aus Polen hat schon gesagt, sie ist nicht Madeleine McCain. Eine Schweizer Software hat auch gesagt, zu 99% können die ausschließen, dass es sich bei Julia um die vermisste Maddie McCain handelt. Maddie McCain wäre auch eigentlich erst 19, sie ist 21. Ich finde, die sehen sich auch null ähnlich. Die Kinderfotos hatten teilweise noch so ein paar Punkte, aber wie gesagt, schaut euch gar nicht die anderen beiden Videos an, dass das noch ein bisschen genauer erklärt und da zeige ich auch Kinderfotos. Bis heute soll es wirklich darum gehen, dass beide, also das persische Medium und Julia aus Polen sich jetzt getroffen haben und man merkt irgendwie, dass Julia sehr von dem persischen Medium schwärmt und ganz große Stücke auf diese Dame hält. Warum auch immer, es kommt schon fast wie eine gewisse Gehirnwäsche rüber. Vielleicht hat sie auch gesagt, ja, das kann ja wirklich sein, dass du das bist und war quasi so eine Zusprecherin von ihr. Denn es war auch sehr offensichtlich, dass Julia auf ihrer Instagram-Seite nur positive Sachen gepostet hat und sehr schnell auf 180 war, wenn man ihr nicht geglaubt hat, beziehungsweise wurden Leute nicht gepostet, die skeptisch waren. Am Anfang war noch eine Interaktion auf Instagram. Das sieht man auch bei den ersten Postings, beziehungsweise hat man das gesehen, denn ihre Instagram-Seite ist mittlerweile auch stillgelegt. Entweder wurde die so oft gemeldet, dass Instagram gesagt hat, okay, da kommt uns was komisch vor, oder sie hat selber gesagt, ich mache mal eine Pause. Es kann aber auch sein, wenn ich das Video hochlade, dass es dann vielleicht schon wieder eine neue Instagram-Seite von ihr gibt. Es gibt auf jeden Fall einige neue Seiten, die so tun, als wären sie jetzt diese Maddie McCann, die sich sehr schnell auch Reichweite so aufbauen. Aber das Ganze ist nicht der Fall. Das kann man so deutlich sagen. Und dass man dort auch vorsichtig sein sollte, dass man nicht jedem glaubt, dass sie jetzt die Julia sind. Das ist auch ganz klar momentan. Nach meinem Stand gibt es keine neue Instagram-Seite. Das wird wahrscheinlich die Tage aber wieder kommen. Oder sie macht ihr altes Instagram wieder auf nach dem Treffen, weil diese Reichweite und ihre Fans, wie sie ja sagt, möchte sie ja auch nicht verkraulen. Und das ist natürlich auch alles ein bisschen, ja, ihr seht schon meinen Sarkasmus und meine Ironie. Ich bin da ein wenig verärgert. Aber kommen wir jetzt nochmal ans Eingemachte, und zwar dieses Treffen. Da wurden dann auch Kalendersprüche von dem persischen Medium geteilt und auch einige Postings mit Julia. Wie toll das doch alles sei. Und das wirft natürlich sehr große Fragen auf. Gerade auch im Punkto des DNA-Tests. Denn eigentlich war ja in dem Profil von der vermeintlichen Maddie McCain, also von Julia, auch die Rede, dass die Eltern von Maddie McCain diesem DNA-Test schon zugesagt hätten. Angeblich ist jetzt aber die polnische Familie dagegen und findet das nicht gut und hat gesagt, das ist sie nicht. Und die haben da wohl nicht eingewilligt. Meines Erachtens kann sie ja mit 21 dann auch selber das Ganze entscheiden. Was jetzt aber auch noch dazu kommt, dass auch die Polizei sehr skeptisch ist und sagt, das kann nicht sein. Und das machen wir hier nicht, die Nummer. Ich zitiere jetzt mal aus dem Artikel für euch und werde den auch für euch unten als Credits verlinken, als Quelle. Und dort wird wie folgt geschrieben. Angebliche Maddie McCain hält die Medien in Atem. Seit Julia W. am 14. Februar zum ersten Mal Fotos von sich und Maddie postete und erklärte, sie müsse mit den Eltern des vermissten Mädchens sprechen, ist sie Dauerthema in den Medien. Ein DNA-Test könnte Klarheit bringen, aber laut Dr. Johnson lehnt Julias Familie diesen ab. Dr. Johnson ist übrigens das persische Medium. Wie seriös diese Quelle ist, ist dann halt auch ein Punkt. Und auch die britische Polizei hat einen solchen Test, Medienberichten zufolge bereits verweigert. Es gäbe zu viele Ungereimtheiten. Und das ist ein Punkt, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Denn fassen wir jetzt mal alle Punkte zusammen. Das persische Medium und sie und diese Werbenummer hin und her und ob das jetzt seriös ist oder eher dubios rüberkommt, könnt ihr gerne entscheiden. Ich würde ganz klar sagen, never ever ist das jetzt eine seriöse journalistische Arbeit, die das persische Medium dort macht. Das ist eine ziemlich armselige Nummer mittlerweile, die im Prinzip auf dem Rücken einer sehr jungen, wahrscheinlich psychisch erkrankten Frau ausgetragen wird. Wie gesagt, ich möchte hier keine Diagnose aus der Ferne stellen. Das steht mir überhaupt nicht zu. Aber laut der polnischen Familie gab es da schon die letzten Jahre Probleme. Und auch die Postings auf Instagram und Co. wirken jetzt nicht säuerlich gesund auf mich. Die ganze Nummer als solches ist ja schon total abgefahren, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Dann die polnische Familie, die auch ganz klar sagt, nein, sie ist nicht Maddy. Dann auch im Prinzip diese Software aus der Schweiz, die sagt, zu 99% ist sie es nicht. Das ist nicht die identische Person. Das ist nicht Maddy auf gut Deutsch. Und klar kann Technik auch versagen, aber das wirkt dann natürlich auch ziemlich eindeutig. Dann die ganzen Ungereimtheiten, wenn man sich die Kinderfotos voneinander da anschaut. Klar, eine gewisse Mini-Ähnlichkeit kann man vielleicht raussehen, aber man sieht eigentlich sofort, dass das unterschiedliche Leute sind. Und auch im Erwachsenenalter kommen Fragen auf, wenn eine Julia 21 ist und eine Melanie McCain jetzt 19 wäre. Sind da für mich Dutzende Fragen im Raum, die ich nicht von ihr beantwortet bekomme. Gegenfragen oder kritisches Denken ist nicht gern gesehen. Und das persische Medium versucht natürlich, auf sie gut einzuwirken und ihr vielleicht auch nach dem Munde zu reden. Und um das Ganze immer noch größer zu machen, weil sie natürlich auch weiß, okay, das bringt massig Reichweite und Follower. Und ich glaube, die zögern das mittlerweile auch sehr hinaus. Und ich glaube auch nicht, dass die Eltern mittlerweile von Madeline begeistert sind und die Nummer toll finden. Denn das wird ja auf dem Rücken ihrer Tochter ausgetragen. Und dass Julia nicht Maddie ist, da bin ich mir zu 99,99999% sicher mittlerweile. Ihr könnt das gern anders sehen. In den letzten Videos habe ich das ja auch schon ganz klar betont. Aber ich denke, dieses Treffen und diese Schmieren-Komödie sollte man auch nochmal ganz klassisch hier in so einem Meinungsblog und News-Video kritisieren und auch in Frage stellen. Denn das nimmt mittlerweile Formen an, die ich nicht cool finde. Und wenn sie jetzt quasi auch von Maddie McCann zu anderen vermissten Personen switcht und sagt, okay, sie könnte vielleicht aber auch die sein und jene und ich möchte das geklärt haben, dann geht das jetzt noch ein halbes Jahr. Und das ist absolut geschmacklos. Und in die Richtung entwickelt sich das mittlerweile. Und es gibt auch Trittbrettfahrer, die jetzt schon darauf springen und sagen, ja, ich mache auch so eine Nummer. Denn so kriegt man ja anscheinend innerhalb von ein, zwei oder drei Wochen eine Million Follower und kann sich eine Reichweite auf Instagram aufbauen, die natürlich auch sehr lukrativ sein könnte. Sie braucht dann nur einen Link posten und so ein Raffling und sagen, ja, übrigens, ich trinke hier den Tee gerne. Und dann kaufen das von einer Million Leute vielleicht 5.000 oder 6.000. Da kann man schon eine Menge Kohle mitverdienen. Das ist vielleicht auch ihr Weg. Sie spricht ja auch schon von Fans. Und das kommt auch absolut hochtramend und unsympathisch rüber auf mich. Nun gut, ihr möchte ich jetzt aber nicht die Hauptschuld dort geben. Wie gesagt, ich finde mittlerweile das persische Medium viel schlimmer. Aber trotzdem stecken die sich da beide gegenseitig an. Und mir kommt es schon fast inszeniert vor, als hätten die beiden sich das vorher ausgedacht. Ja, das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Aber nun gut, ich bleibe an dem ganzen Thema dran. Das soll es für heute gewesen sein. Schreibt eure Meinung sachlich unten rein. Wie gesagt, ihr könnt auch Sachen ergänzen. Ihre Instagram-Seite ist ja momentan nicht auffindbar, wo ich das Video mache. Vielleicht wird das sich die Tage ändern. Fallt nicht auf die ganzen gefakten Sachen rein. Da versuchen natürlich viele, sich jetzt Reichweite auf die Nummer aufzubauen. Und ich hatte schon fast als Test überlegt, euch auch zu zeigen, wie schnell man mit der Geschichte jetzt auch Reichweite gewinnen kann, indem ich auch so eine Seite mache. Aber dann würde ich mich ja auch in so eine Ecke bewegen, die ich nicht cool finde. Und das habe ich dann auch nicht gemacht, auch nicht für so ein Video jetzt. Von daher, seid da vorsichtig. Fallt da nicht auf Leute rein, denn es gibt sehr viele böse Menschen im Internet. Bis dann und ciao, ciao.